Fahne, na? Hä? Woher muss denn das Teil? Oben da sitzt wer, aber... Der schlotzt dann alles weiter. Ach ja, jetzt... Ach, ja. Nur noch die Kuh, okay. Wenn jetzt aber hier nur noch die Kuh fehlt, dann weiß ich... So, dann ist jetzt aber die andere Frage, was wir jetzt hier machen müssen, weil... Ich weiß auch nicht genau, wenn wir dann jetzt hier... Hä, so eine Scheiße! Hä? Ich blicke hier... Weil das hier ist U, okay, dann... Hä? K! Okay, jetzt haben wir den hier, deshalb müssen wir einfach der Spur folgen... Aber... Hä? So, das ist jetzt K. Dann bauen wir gerade mal kurz... So, ähm... Jetzt ist die andere Frage... Jetzt ist die andere Frage... K. Jawollo! S. W. S. Also S. W. S. Geht auch nicht hin. So. Wer hat das Problem schon mal erledigt... Der guckt um. K. So, Davy, hier geht's zum Fressen... Sozusagen. Jetzt müssen wir die Kuh nur noch irgendwie rausklocken, Davy. Sieht fast aus, ja. Uh. Flage reiten einfach mal eine Kuh... Klar, warum nicht? Feinstes Rind, was? Diese Rapportoren fressen besser als ich. Na, bravo. Wir müssen uns einfach alles selber kümmern. Und das weiß ich nicht mehr weiter. Jemand anderes muss den Kram bedienen. Meine Verletzungen sind zu schwer. Aber wie kommen wir jetzt da hoch, verdammt? Enten gibt's nix. Guck mal, Davy hat doch irgendwas auf dem Rücken noch. Ach ja, okay, 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 okay. So. Ja, aber cool. Was machen die da? Sie füttern sie. Das Wesen des Chaos. Großvater! Kinder! Du hast uns gefehlt. Das sind ihre Fahrzeuge für heute Nachmittag. Keine Fahrer? Nein, 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 keine Fahrer. Die fahren elektrisch und zwar auf dieser Schiene in der Mitte der Straße. Keine Kosten gescheuert. Willkommen im Jurassic Park. Das mit dem Chaos ist mir unklar. Kurz gesagt, der Schmetterlingseffekt. Ein Schmetterling schlägt in Peking mit den Flügeln und in New York gibt's Regen statt Sonnenstrahl. Ah, sehen Sie, sehen Sie, niemand hätte vorhersehen können, dass Dr. Grant plötzlich aus einem fahrenden Fahrzeug springt. Alan? Oh, wow. Keine Angst, kommen Sie ruhig. Es ist okay, sie ist krank. Ich muss darauf bestehen, dass wir weiterfahren. Oh, wenn alle einverstanden sind, würde ich gerne bei Dr. Harding bleiben. Sicher. Okay. Scheint alle sechs Wochen bei ihr aufzutreten. Ich müsste mir mal ihr Häufchen ansehen. Ja, Checkpoint. Ihr Häufchen, alles klar. Speichern und... Okay, nee, dann brauchen wir es nicht. Wir verlassen es ja nicht. Ähm, ihr Häufchen, da ist kein Ekel. Da gab's Hasen? Nee, ne? Ich weiß es gar nicht. Uh. Ekelhaft. Bah, ekelhaft. Ist das westindischer Flieder? Ja, wir wissen, dass er giftig ist, aber die Tiere fressen ihn nicht. Sind Sie sicher? Ziemlich, ja. Ja. So, huch. Ist klar. Alter, wie gelenkig die einfach mal ist. Also so gelenkig wäre ich auch gern. Hier kommt der Dino da hoch.